Guten Abend zum Start der Vortragsreihe 2017-2018. Ganz am Anfang herzlichen Dank an unseren Sponsor Bene, die uns hier seit Jahrzehnten gastlich aufnehmen und sprechen über Architektur begleiten. Ja, die Antonia Raneburger sagt immer, die 13 Vorträge, wir haben immer einen Papst und zwölf Aposteln, wir starten mit dem Papst in diese Saison. Das stammt angeblich von Holland, sagt die Antonia. War das immer so, war das nicht deine Erfindung? Okay, also du meinst er und die anderen. Ja, Wilhelm Holzbauer, der einzige österreichische Architekt, dem es in der letzten Zeit gelungen ist, Großbauten als architektonische Konzeptionen zu bewältigen, hat Friedrich Ergleitner 1985 seinen früheren Schulkollegen an der Salzburger Gewerbeschule bezeichnet. Wilhelm Holzbauer zählt zu den bedeutendsten Architekten des Landes, hat mit seiner Meisterklasse an der Hochschule für angewandte Kunst über 20 Jahre lang die Architekturlehre entscheidend mitgeprägt. Viele Studenten sind heute anwesend und er hat selbst als Holzmeisterschüler schon vor der Diplomprüfung zusammen mit Friedrich Kurend, der heute auch da ist, Otto Leitner und Johannes Spalt, die legendäre Arbeitsgruppe 4, begründet. Er ist dann nach Amerika gegangen, um in Cambridge zu studieren und hat danach Gastprofessuren an der University of Manitoba in Kanada und an der Yale University absolviert, hat 1964 sein Architekturbüro in Wien gegründet, mit dem ihm dann 1967, 68, glaube ich, war das, 67 begonnen, 68 entschieden, dank des Wettbewerbssiegs um den Bau des Amsterdamer Rathauses und der Oper dann schlussendlich auch der internationale Durchbruch gelang mit der Architektengruppe U-Bahn bis heute aktiv, zeichnet er ab 1970 für die Gestaltung von rund 40 Wiener U-Bahn-Stationen, habe ich da stehen, ich weiß nicht, ob da die Allerneuesten schon dabei sind, 80 schon, dann ist das aber ein großer Fehler. Oder ein Tippfehler meinerseits, Entschuldigung. Ja, unter den zahlreichen Realisierungen eines intensiven Architektenlebens finden sich Erbauten jeglicher Kategorie und Dimensionen. Das Bildungshaus St. Virgil, wohlbekannt 1976, die Wohnanlage Wohnenmorgen in Wien im 15. Bezirk, das Landhaus in Pregens, das Technische Zentrum der Nationalbank und der Andromedadauer bei den Wien, der Linzer Hauptbahnhof, der Umbau vom kleinen Festspielhaus, der St. Martinsdärme in Seewinkel. Es ist ein breites Aufgabenfeld. Und natürlich wurde diese Arbeit mit zahlreichen Preisen gewürdigt. Darunter, also ich zähle jetzt nicht einmal die Hälfte aus, der Preis der Stadt Wien für Architektur, das goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Stadt Wien, der Reynolds Memorial Award, der Ehrenring der Hauptstadt Salzburg, die Ehrenmitgliedschaft des American Institute of Architects, das große goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich, die Ehrenmitgliedschaft im BDA in Deutschland und der große österreichische Staatspreis für Architektur. Seit 2001 wird das Büro mit den Partnern Fritz Kaufmann, Egon Thürmer und Wolfgang Warnig als Ziviltechniker Gesellschaft Holzbau und Partner geführt. Zu den aktuellsten Projekten zählen die Unternehmenszentrale der Wiener Netze, eine Therme in Ungarn und ein Hotel Tower am Wiener Berg. Ja, Wilhelm Holzbau hat sich gewünscht, keinen Vortrag halten zu müssen. Und der Plan war ursprünglich, dass Martin Kohlbauer mit ihm ein Gespräch führt. Das ist leider gescheitert. Und wir haben aber einen, wir kommen aber trotzdem seinem Wunsch nach, das Gespräch zu führen. Und die Gesprächspartnerin, nicht wie ursprünglich eingefädelt Martin Kohlbauer, ist auch nicht minder prominent als Holzbau und auch nicht minder erfolgreich, ist Elke Delogan-Meißl. Von Ende der 1980er Jahre bis Anfang der 1990er Mitarbeiterin im Atelier Holzbau und seit 1993 leitet sie mit Roman Delogan, das Büro Delogan-Meißl. Und Roman Delogan ist Holzbauerschüler. Mit ihm gemeinsam haben sie, dass sie mittlerweile auch den Staatsverreis bekommen haben und dass sie auch in Amsterdam sehr prominent ein Zeichen gesetzt haben mit dem niederländischen Filminstitut. Die Elke Delogan hat gesagt, Wilhelm Holzbauer war ein großzügiger Chef, er hat sie auch ins kalte Wasser geschmissen. Ich darf jetzt dich und Sie, Herr Professor, bitten, vorhin Platz zu nehmen. Dann reden wir worüber auch immer, bitte. Genau. Wo nimmst du Platz? Wo willst du sitzen? Ich glaube, du sitzt in die Mitte, oder? Okay. Glaube ich. Ja, Elke, du hast bei unserem Vorgespräch gesagt, er war ein großzügiger Chef, aber du bist auch ganz schön drangekommen im Büro als junge Architektin, aber hast offenbar so viel gelernt, dass du gleich danach groß mit dem Roman ins Geschäft eingestiegen bist. Ja, zuerst einmal freue mich sehr mit dir, Wilhelm, heute da sitzen dürfen zu können und ich erinnere mich sehr gerne an meine Zeit in deinem Büro zurück. Es war eine sehr aufregende Zeit für mich. Ich bin direkt von der Uni gekommen und durfte an sehr, sehr großen Projekten mitarbeiten und dann über kurz oder lang sie leiten. Und ich bewundere heute noch deinen Mut zum Risiko. Ich kann mich erinnern, wie Siemens Headquarter in Linz errichtet wurde, hast mir dort die Projektleitung gegeben und mich dort wirklich ins kalte Wasser geworfen, aber du hast das mit einer Souveränität gemacht und mich hat das sehr angespornt. Und hin und wieder bist du dann auf die Baustelle gekommen und ich habe dir dann gezeigt, dass alles nicht so funktioniert und da ist die Sockelleiste nicht so und da ist so geil, tu dir nichts an, Mädel. Das Große zählt und nicht die kleinen Dinge. Das Große muss stimmen und das stimmt. Und das war einfach so für mich eine auch sehr prägende Zeit. Eine Zeit, dass man, ich habe sehr viel gelernt, ich habe gelernt, auch ein Stück weit großzügig zu werden und zu sein und zu bleiben, hoffentlich. Und mich hat immer fasziniert an deiner Art, dass du sehr viel zugelassen hast, aber dann schon bestimmte Regeln auch aufgestellt hast. Und das war für mich ein sehr, sehr prägender Moment, in deinem Atelier arbeiten zu dürfen. Und apropos, ich wusste auch noch, Roman kann ja heute leider nicht da sein, wir haben schon gesprochen, ganz, ganz liebe Grüße aus Richard. Ja, vielleicht muss ich auch erklären, warum ich keinen Vortrag halten wollte, sondern ein lockeres Gespräch und das hoffe ich, dass es wird. Ich habe ja heute schon begonnen, weil wir haben, mittags haben wir eine Weihnachtsfeier vom U-Bahn-Büro gehabt. Und ich habe ja geglaubt, dass das U-Bahn-Büro mit der Verlängerung der U-1 erledigt ist. Aber jetzt haben wir noch wieder neue Aufsäge bekommen. Das muss man sich einmal vorstellen. Was tut er denn da? Ich glaube, das ist ein Friseur. Na gut. Und jetzt haben wir noch zwei U-Bahn-Stationen in Verbindung mit der Verlängerung der U-2 bekommen. Und eigentlich wollte ich raussteigen, weil eigentlich habe ich schon so genug von der U-Bahn. Man muss sich vorstellen, die Verlängerung der U-1 ist ja jetzt im September gefeiert. Es ist halt passiert. Und interessant, und da muss ich die österreichische Architekturkritik ansprechen, weil eigentlich die Vollendung einer U-1, die begonnen hat 1970, wo der Entwurf 69 oder 68 war, also die U-1 schaut ungefähr so aus wie meine Wettbewerbszeichnung von damals, also besonders die Tiefstationen. Und es hat nicht ein einziger österreichischer Architekturkritiker über die Vollendung der Linie U-1 geschrieben, weil sie hätten ja schreiben können, so ein Wahnsinn, jetzt bauen sie was, das schon seit 69 entworfen ist. Oder sie hätten schreiben können, interessant, dass das alles nur hält. Nicht ein Kulpa, aber wir werden das mit der U-2 nachholen und die U-Bahn stehen und legen. Es ist nur interessant. Es ist nur interessant. Nein, Sie haben Recht und es ist auch tatsächlich so, dass die U-1, man hat nicht das Gefühl, die ist veraltet, wenn man in die ersten Stationen geht. Ja, aber das hätte ja jemand sagen können. Satellarisch würde jetzt passen. Eine 50 Jahre alte Station noch einmal nachholen, weiß ich nicht. Und zu dir muss ich sagen, du hast eine Glanzleistung vollbracht. Eine. Und zwar, du hast die Eingangszone vom SAFE-Gebäude. Das hast du allein gemacht. Und die, erstens einmal bewährt sie sich sehr, zweitens einmal passt es wunderbar hinein. Und ich bin immer noch stolz darauf. Sorry. Das freut mich sehr. Zur Erklärung des SAFE-Gebäudes in Salzburg. Das SAFE-Gebäude in Salzburg war dann mein zweites Projekt, was mir Wilhelm anvertraut hat. Das war schon noch ein bisschen größer als die Siemens-Zentrale in Linz. Da war ich schon ein bisschen erfahrener und habe mich schon ein bisschen besser bewegen können auf dem Architekturpaket. Keine Frage. Ich hätte jetzt eine Frage zu dieser Sache U-Bahn. Es war da ja immer sehr wichtig, die Haltbarkeit deiner Entwürfe oder die Haltbarkeit deiner Arbeiten, dass sie einen gewissen Bestand haben und auch in Schönheit altern können. Und wie erklärst du dir das eigentlich, dass du diese Haltbarkeit so erreicht hast? Zum Beispiel das Beispiel U-Bahn in den 1970er Jahren entworfen und jetzt werden noch Stationen gebaut. Und letztendlich nach demselben Muster, nach derselben Struktur. Wie erklärst du das, dass das so über die Jahrzehnte sich gehalten hat oder der Entwurf so robust ist? Naja, wirklich erklären kann man das eigentlich nicht. Weil im Prozess dessen, was man, wenn man entwirft, zum Beispiel gerade bei der U-Bahn, es war ein Wettbewerb, man macht halt das, was man glaubt, dass gut ist und das vielleicht gewinnt, weil die Hoffnung, dass man gewinnt und so. Und die Haltbarkeit ist eigentlich die Haltbarkeit der Idee. Natürlich gehört auch die Haltbarkeit der Materialien hinein. Aber das Wesentliche ist die Haltbarkeit der Idee. Und die kann man eigentlich nicht bewusst machen. Da hat man Glück. Da hat man Glück. Weil gerade in einer Zeit, wo so ein starker Wandel ist und wo sich so viel ändert und so schnell ändert, ist es doch erstaunlich, dass so ein Infrastruktur-Bauwerk letztendlich über diese Jahrzehnte sich so hält. Auch in der Funktionalität, in der Benutzung und dass eben diese Kernelemente, die du damals entwickelt hast, die Gruppe U-Bahn, dass das immer noch weiter realisiert wird. Naja, wir sind ja jetzt konfrontiert bei den Stationen Neubargasse und Pilgramgasse. Das sind schwierige Stationen. Weil da jetzt drunter mit der U2 zu gehen, das ist technisch und verkehrstechnisch. Und sagen wir auch von der Verteilung der Verkehrsmassen ist das relativ schwierig zu lösen. Und was uns jetzt betrifft auch und mich besonders, ist die Konfrontation mit dem Entwurf der U2. Weil da natürlich rein vom Material her völlig andere Auffassungen sind. Und auch, sagen wir mal, von der Geometrie her. Bei uns ist alles rund, bei der U2 ist alles so eckig. Es ist nie rost da und so. Und es ist ja interessant, dass wir zum Beispiel am Anfang bei der U1, wir haben mit der U1 begonnen, Dürfte man in Abstand, wo zwei Menschen sich berühren können, in diesem Bereich dürfte man kein Metall verwenden. Das war damals so aus sicherheitstechnischen Gründen für Kriegströme und weiß ich was. Und da sind wir auf dieses Material gekommen, das dann letztlich überall gemacht wurde. Die U2 ist jetzt ein rostfreier Stahl und es gibt dann Abzuwägen, wo ich selber noch nicht weiß, wie das wirklich funktioniert. Mit, sagen wir mal, der Gestaltungsidee der U2 und der Gestaltungsidee der U1 oder U3 zum Beispiel. Aber spricht jetzt was dagegen, Ihr eigenes Team zu machen? Ja, natürlich, weil die Aufträge geteilt sind. Ich meine, das ist alles, wenn man, das ist, U-Bahn überhaupt, das ist ein wahnsinnig komplexes Ding. Und das ist auch von der Auftragssituation her, wer wofür zuständig ist, wer wofür einen Auftrag kriegt, wer macht die Statik dann und so. Da gibt es ja unglaubliche Unterschiede manchmal. Für manchen Statiker geht das noch, das andere geht nicht. Er braucht einen Aussteifungshorizont und er braucht das und so. Es ist eine schwierige Geschichte. Aber du bist immer noch dabei im U-Bahn-Bau. Also insofern... Ich bin eigentlich mehr als Ratgeber dabei und nicht mehr so in dem Sinne, weil sehr viel ist eigentlich da. Okay. Und nachdem irgendwo auch... Das hat auch die Gemeinde Wien entschieden, dass die U1 unverändert weitergebaut werden soll. Weil, wenn es nicht so wäre, hätten sie einen Wettbewerb machen müssen. Für die Südstrecke. Und es gibt nichts Ärgeres für einen Beamten der Stadt Wien, wie einen Wettbewerb. Also... Okay. Das ist ja ein pragmatischer Zugang. Ihr habt den Eindruck, Sie sind doch auch Pragmatiker, oder? Ich habe mich immer als Pragmatiker bezeichnet, ja. Es stimmt, ja. Aber da hätte ich jetzt anschließend eine Frage, oder wie du das siehst. Ich habe das gelesen über dich, ich werde es kurz zitieren. Der Rudolf Burger, der ja auch direkt auf der Angewandten war, der hat das damit eine Architektur so charakterisiert. Also der Ausdruck der Architektur von Wilhelm Holzbauer ist sensible, strenge und archaische Wucht. Sie ist nicht exaltiert oder aufgeregt, sondern kultiviert, eine urbane Gelassenheit. Man könnte den Ansatz auch klassisch nennen. Bist du mit dieser Charakterisierung einverstanden? Völlig recht. Es ist ja ein Kompliment. Ja, nein, ich frage dich. Was soll ich dazu sagen? Bist du da einverstanden? Ja, natürlich, ja. Ja, ich meine, was... Ja, aber du gehst ja immer als so intuitiver, schneller Entwerfer und bist bei deinen Entwürfen immer deinem inneren Bild gefolgt. Ja. Und hast du dich dann auch immer bei den ganzen Entwürfen tatsächlich auf das Gespür verlassen können? Also wir reden eigentlich von der Vergangenheit. Ja, aber es ist irgendwo auch... Weil ich habe eigentlich mit der Architektur nichts mehr zu tun. Außer das, wozu ich noch gezwungen werde, wie bei der U-Bahn. Aber sonst interessiert mich die Architektur eigentlich überhaupt nicht mehr. Ist es Ihnen egal, was Ihre Partner im Büro machen unter Ihrem Namen? Es ist mir nicht egal, aber ich lasse ihn frei haben. Ja. Und wenn einmal wirklich etwas passieren würde... Zwei sind Schüler von mir. Einer ist ein Schüler von Beichl. Und ich habe mir damals, wie ich die Partnerschaft begonnen habe, haben sie auch begonnen, selbstständig zu arbeiten. Am Anfang habe ich noch sehr viel reingeregt. Und dann, das ist immerhin schon ziemlich lang her, ich glaube seit 1992 oder so irgendwas, ganz schön langsamer, wenn man dachte, was soll ich... Jetzt bin ich 80, dann soll ich die 50-Jährigen noch Maß regeln und so. Ich habe sie dann lassen. Weil sie haben auch ein Leben. Sie haben ein Architektenleben. Ich habe bis zu einem gewissen Grad meines gehabt. Und man soll eigentlich... Ich finde, es ist vermessen, wenn man in die... in die Gedankenwelt eines... auch nicht mehr so jungen Architekten, dann versucht dort ein Korrektiv einzuführen. Das habe ich abgelehnt. Und darum finde ich, dass die auch mit meinen Namen ihre Sachen machen sollen. Und es war ihr Wunsch, dass mein Name dabei bleibt. Das war gar nicht von mir aus. Ich hätte genauso sagen können. Ihr heißt schon, so wie die Abkürzungen jetzt alle heißen, dass sie sich Abkürzungsnamen nennen oder so. Und ich bin immer dabei. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Aber bitte, das war Ihr Wunsch. Vielleicht lehnen Sie den einmal ab. Mir auch recht ist. Aber wie gesagt, so wie es ist, so läuft es halt jetzt in dem Moment. Aber du, wir haben uns ja mal vor ein paar Wochen getroffen und dann hast du mir gesagt, über Architektur reden wir nicht, wir reden über das Leben. Aber dein Leben ist ja immer von Architektur geprägt gewesen und wahrscheinlich auch irgendwo immer noch gewesen. Nein, eigentlich nicht. Nimmer? Also mit Architektur, ich habe ja eine riesen Bibliothek. Also ich habe eine viel zu große Bibliothek. Und ich habe jetzt mein Haus in Salzburg verkauft und jetzt kommen die ganzen Bücher aus Salzburg. Das ist jetzt auf meinem Billardtisch ein riesen Billardtisch. Und jetzt muss ich anfangen. Und man hat ja so eine kleine Zelle gebaut einer neuen Bibliothek. Und da muss ich jetzt wegschmeißen, einordnen. Keine Bücher wegschmeißen. Es ist schrecklich. Und ein Mitarbeiter, den ich noch immer habe in der Heidenklasse, jetzt glaube ich fällt da wieder was raus, aber ich weiß es nicht. Da muss der Friseur wieder kommen. Bewege ich mich zu viel, oder? Nein. Nein. Zu jung. Nein. Ich war ganz lange. Zu jung. Alles gut. Nein. Und jetzt komme ich darauf, was ich für tolle Bücher in Salzburg gehabt habe, die mir kommen. Und jetzt sitze ich natürlich immer und das kommt weg. Und das ordne ich wieder ein und so. Und ein Mitarbeiter hat gesagt, das wollen sie alles wegschmeißen. Und ich habe gesagt, ja, was soll ich denn tun? Ja, es gibt das Rote Kreuz und es gibt das. Es ist schwierig, Bücher wegzuschmeißen. Es ist wirklich sehr schwierig. Aber ich lese unglaublich viel. Ich lese eigentlich den ganzen Tag. Ich kann auch nicht mehr zeichnen, komischerweise. Ich kann nicht mehr. Es interessiert mich nicht mehr. Da bin ich ganz das Gegenteil vom Kuren, der nach wie vor zeichnet. Gell? Stimmt. Du zeichnest nach wie vor. Ich habe es als Kind gezeichnet. Als Kind habe ich auch gezeichnet. Aber als 87-Jähriger zeichnet immer. Aber das bist du nicht. Du bist erst 86. Ist aber schade, weil du warst ein genialer Zeichner. Keine Frage. Ich habe mich heute gerade mit Roman unterhalten, weil du hast so einen Sinn für die Großmaßstäblichkeit auch gehabt, wenn du etwas aufzeichnest und man hat dann den Plan drüber gelegt und es war fast eins zu eins. Also das war schon sehr faszinierend. Aber man muss auch im Alter, das Alter muss auch irgendwo Richtungen ändern. Was soll ich zeichnen? Es ist viel interessanter, dass ich jetzt wirklich Muse und Zeit habe, meine ganze riesen Bibliothek aufzuarbeiten. Weil ich habe diese Bibliothek, ich habe in jeder Stadt, wo ich gelebt habe, ob das Boston war, Chicago, auch New York, da habe ich nicht gelebt, aber meine Buchhandlungen habe ich gehabt, Amsterdam, London. Ich habe so viele Bücher aus all diesen Buchhändlern. Und jetzt ist es eine unglaubliche Masse und ich kann mich trotzdem nicht trennen. Ich finde das schön. In einer digitalen Welt, wo man alles noch digital hat. Ich gehe durch die Bibliothek und habe so viele Bücher, die ich noch nicht einmal richtig genossen habe. Und ich bin eigentlich hauptprofessionell Leser. Gut. Ich habe nicht mehr ausgesagt. Ich würde sagen, es gibt nichts Schöneres. Ich habe irgendwo gelesen, Sie wollten schon als Volksschulkind Architekt werden. Gab es da irgendeinen Anlass dazu? Nein, eigentlich nicht. Das war irgendeine Idee. Und dass ich dann Architekt geworden bin, das war gegen den Wunsch meines Vaters. Mein Vater war Lochführer. Ich glaube, da ist es schon wieder, vielleicht schaffen wir es ohne Friseur. Ich werde immer wieder runter. Ob das meine Haare sind oder was weiß ich nicht. Oder was ist, wenn ich laut rede und das Zeug nicht habe. Oder wir machen es mit. Ach so. Das ist mir eh viel lieber. So. Ich gebe das sofort. Mikro. Naja, jedenfalls habe ich zwischen der Gewerbeschule in Salzburg und der späteren Akademie, habe ich beim Stadtkinobau in Salzburg, war ich die rechte Hand vom Bauleiter. Und das war Meireder und Graus und mein Vater war völlig dagegen, dass ich aus Salzburg weggehe. Und jetzt hast du so einen tollen Job bei Meireder und Graus. Das ist eine große Firma und dann bin ich trotzdem dann nach Wien gegangen in die Holzmeisterschule. Und das war mit dem Achleitner. Und dann haben wir uns in der Klasse getroffen, dass eh alles bekannt ist, was dann entstanden ist. Aber es war halt schon so, dass ich aus irgendeinem Grund, den ich nicht weiß, wollte ich auch gedeckt werden. Und Ihr Vater hat sich mit dem Gedanken dann auch angefreundet? Hat er das noch erlebt, dass Sie so erfolgreich waren? Mein Vater, den habe ich dann eingeladen, wie ich dann das Haus in Amsterdam gehabt habe. Und er ist gekommen nach Amsterdam mit seinem alten Peugeot, den auch ich ihm geschenkt habe. Er ist nach Amsterdam gekommen und er war so servil. Er war mir viel zu servil, weil er gemerkt hat, er war halt falsch. Aber gut, das sind so Geschichten, die jeder Mensch in seinem Leben hat und da muss man auch nicht so viel daran denken. Aber ich möchte gerne zu einem anderen Thema kommen. Du willst ja nicht so gerne über die Architektur an sich reden. Aber es gibt einen Bereich in Deinem Leben, der durchaus sehr prägend war. Nicht nur wahrscheinlich für Dich, sondern auch für viele Generationen, die gekommen sind. Das heißt, Du hast über 20 Jahre als Lehrer auf der Angewandten gewirkt, warst der Rektor. Und hast ja eine, oder nicht eine, sondern ich denke mehrere Architekten-Generationen als Lehrer begleitet. Und wenn man sich so umhört, ich habe bei Dir nicht studiert, aber wie wir alle wissen, Roman und einige Studenten auch heute da. Du hast Dich sehr ausgezeichnet durch Deine Großzügigkeit. Großzügigkeit hat es schon erwähnt. Und zwar Großzügigkeit in den Zugängen. Du hast sie lassen, Deine Studenten. Sie haben ihre Konzepte immer erklären müssen. Sie haben dahinter stehen müssen. Aber es war nicht so, dass Du sie in Deiner Architektursprache gedrängt hättest. Ja. Und das hat natürlich schon eine wahnsinnige Qualität, wenn man sich die Schulen auch anschaut und auch heute anschaut. Und ich denke mir, da sind Leute rausgekommen mit ganz unterschiedlichen Architektursprachen und haben wirklich sehr, sehr viele ihren Weg gemacht. Und ich will jetzt nicht die ganzen Namen nennen. Wir kennen sehr viele davon. Und das ist, was ich finde, was in Deinem Werk nie diskutiert wird. Ich meine, dieses Prägende für Architekten-Generationen. Und das finde ich ganz großartig. Und wenn man mit Deinen Schülern redet, dann sagen sie immer, egal wer es ist, Wilhelm... Oh jetzt. Was ist los? Wilhelm war ein Lehrer, der uns lassen hat. Das ist die Technik der heutigen Zeit, schau. Wir haben gedacht, wir haben alles im Griff. Nein, aber lass mich da weiterführen. Ich glaube, das ist schon etwas, was fast einzigartig ist. Dass man schon eine sehr starke Architektursprache selber hat, als Architekt, als ausführende, bauernder Architekt. Aber seine Schüler dann doch letztendlich ihre Persönlichkeit entwickeln lässt und ihr Potenzial entwickeln lässt. Was sagst du dazu? Nein, das war vom Anbeginn meiner Lehrtätigkeit, war die Idee, oder das war für mich selbstverständlich, dass man bei einem Projekt, das ein Student bringt oder so, schaut, wo ist das Potenzial? Wo kann ich ihm helfen, auf dem Weg, den er glaubt? Und dass man nicht umgekehrt sagt, also das muss völlig anders ausschauen, weil ich finde das einfach nicht die richtige Richtung oder so, sondern dass man entdeckt, was will er eigentlich. Und dass man ihm auf der Suche des Gedankens, dass man ihm entlang hilft. Und dass man aus dem heraus schält, was er dann wirklich als Produkt herauskriegt. Das war eigentlich immer meine Idee von Lehrtätigkeit. Und das ist eigentlich, glaube ich, auch in anderen Wissenschaften, ist das gang und gäbe. Nur in der Architekturlehre war das manchmal so, dass halt so Schülerchen rausgekommen sind. Das hat es oft gegeben. Und das ist aber eigentlich nicht der wirklich essenzielle Sinn einer Lehrtätigkeit. Sondern man muss dem helfen, seine Idee, seine Idee zu verwirklichen. Nicht, dass vom Lehrer eine Idee kommt, wo er nichts anfangen kann damit und so. Aber du bist ja speziell auf der Angewandten einer der wenigen gewesen, die so einen Weg beschritten haben, das muss man ja sagen. Also muss man dann auch mit, wie soll ich sagen, sein Leben als Architekt, seinen Egoismus, sein Selbstverständnis, seine Zugänge auch ablegen und als Lehrer sozusagen dann auch anders agieren? Also braucht es da eine gewisse Fähigkeit, um überhaupt so weit zu kommen und jetzt nicht kleine Holzbauers in ihrem Fall heranzuziehen? Ich glaube, man muss seine eigene Tätigkeit als Architekt völlig trennen von der Lehrtätigkeit. Ja. Weil das sind zwei Dinge, die nicht ineinander hineinrinnen dürfen, sozusagen. Sondern das eine ist die Lehrtätigkeit, das in einem gewissen Sinn eine psychologische Herausforderung. Während das, was man selber macht, das muss man sowieso mit sich selber auch machen. Da braucht dann niemand, da ist niemand anderer da. Während in der Lehrtätigkeit ist der andere da, mit seinen eigenen Gedanken, mit seinen eigenen Ideen. Und die habe ich immer empfunden, die muss man entdecken. Es sind ja, ich meine, wir haben ja so unglaublich verschiedene Leute gehabt. Wenn ich nur denke an den Inder, der mit dem Geschäft hinter sich. Die waren nicht bei dir auf der Schule. Die waren nicht bei dir auf der Schule. Du warst ja nicht in der Schule, sie waren auch nur im Büro. Eben. Aber ich kenne einige von der Schule. Ja. Es hat so viele verschiedene Typen gegeben und jeder hat eine andere Entwicklung auch genommen. Wobei man nicht übersehen darf, dass natürlich nicht mehr als die Hälfte überhaupt in dem Beruf dann geblieben sind. Das muss man ja auch anerkennen. Und davon wieder nicht allzu viele so bekannt worden sind oder berühmt wie du geworden bist. Nein, nein, das stimmt nicht. Das sind sehr viele von deiner Klasse. Das ist nicht richtig. Ja. Das stimmt nicht. Also von 100 Absolventen, wir haben in der Publikation 42 die jetzt Bauern. Eben. Genau. Die anderen sitzen aber in anderen. Zum Beispiel die Bauern, die haben jetzt das neue Parlament gestaltet. Aha. Ja, die sind die Bauern. Der Manikers ist ja mein gewissen und mein. Ja, ja. Er hat ja viel mehr Zeichnungen von mir, wie ich selber habe. Hier habe ich jetzt schon gesagt, ich habe keine Zeit. Herr Gästeherr Manikers, es ist aus allem was geworden. Es ist aus allen Holzbauschulern was geworden. Was möchtest du, Mimis? Bring dich ein. Stell Fragen. Der Manikers möchte ja, dass ich eine Philippika reite gegen den Dekonstruktivismus. Ja, da kriegen Sie dann gleich Gelegenheit. Ich wollte nur sagen, Sie sind natürlich alle herzlich eingeladen, auch mitzudiskutieren und Fragen zu stellen. Ich wollte da eh anschließen, aber nicht an einen Dekonstruktivismus, sondern du hast ja mal gesagt, es gibt keinen Städtebau mehr für dich. Es werden nur mehr Ikonen, also Selbstverwirklichungen hingestellt. Und wie siehst du das jetzt zum Beispiel? Weil ich bringe das ein bisschen in Zusammenhang mit diesem Törn in der Architektur, soziale Architektur. Architektur soll nicht mehr sichtbar sein. Das ist jetzt meine Interpretation. Architektur darf sowieso nichts kosten. Und ich sehe das aber schon sehr schwierig, weil ich glaube, unser Beruf wird dadurch marginalisiert oder wegrationalisiert über lang oder kurz oder kurz oder lang. Und ich denke ja, dass man bei diesen ganzen Ansprüchen, denen man schon gerecht werden muss, die Zeiten ändern sich. Und keine Frage, es gibt halt weniger Mitteln oft. Und gute Architektur ist meines Erachtens immer sozial gewesen. Aber wenn man jetzt den Schwerpunkt drauf auf sozial hält, glaube ich, ist es aber auch wichtig, und es wäre mir wichtig, was du dazu sagst, auch Architektur, eine Vision aufrechtzuhalten in der Architektur. Weil Architektur nur wegzurationalisieren und zu sagen, man darf sie nicht mehr sehen. Und darum komme ich wieder auf die Ikonen zurück. Erstens finde ich eine Vision wichtig, ich persönlich, und ich finde eine wichtige Ästhetik in der Architektur. Und das sage ich eines, ich finde es mehr denn je wichtiger, wenn gewisse Ikonen wieder Platz greifen. Weil das hat nämlich Identifikationspotenzial für eine Stadt. Nicht nur, Städtebau besteht nicht nur aus Ikonen, aber Städtebau besteht auch aus gewissen, sage ich einmal, Zeichen in einer Stadt, in einer Struktur. Und wie siehst du das? Weil ich frage dich deswegen, weil du immer gesagt hast, der Städtebau existiert nicht mehr. Jeder baut irgendwo auf die grüne Wiese seine Gestion. Und ich denke mir, jetzt sind aber wieder solche Gestionen gefragt. Nicht einfach planlos und strukturlos auf die grüne Wiese zu bauen, keine Frage. Aber ich finde schon, dass Architektur wieder mehr, dass mehr Räume geschaffen werden müssen für die Allgemeinheit. Wie siehst du das? Weil das hat sich ein bisschen geschnitten. Du hast das einmal relativ dagegen gewettert und gesagt, ja, jeder will sie verwirklichen, jeder baut da seine... In einem Interview habe ich das zumindest von dir gelesen. Du bist kein Freund von der Saar Hadid gewesen. Das ist egal. Ich finde, die Sprache ist jetzt wurscht. Die Sprache ist egal, wie das äußere Erscheinungsbild ist. Es geht einfach um den Raum. Den Raum als Luxus einmal zu sehen. Und nicht nur Raum, einmal als reduziert und klein. Und wie es jetzt so gang und gäbe ist. Fertig? Ich bin jetzt fertig. Warum glaubst du, dass ich sage, ich interessiere mich nicht mehr für Architektur? Ja, das möchte ich jetzt, dass du mir jetzt erklärst. Das brauche ich nicht erklären. Es ist wahr. Es interessiert mich so im täglichen Leben überhaupt nicht mehr. Ich habe zum Beispiel, ich schaue schon, was so passiert. Und in der letzten Zeit finde ich nur ein Gebäude, das ich wirklich genial finde. Das ist die neue Louvre in Abu Dhabi. Das ist wirklich eine tolle Architektur, toller Gedanke, dieses Zeltes mit dem Licht auf dieses Dorf. Und wie das im Wasser steht, während zum Beispiel die hochgelobten Elbphilharmonie, das ist meines Erachtens als Konzertsal ein völliges Umding. Für mich ist er furchtbar. Und was ist eigentlich dieser Glaskasten auf einem Ziegelkasten, der halt ein komisches Tag hat. Und was da so in die Höhe gelobt wird. Ich meine, ich muss ehrlich sagen, und das ist eigentlich furchtbar, was ich da sage, ich habe mich fast gefreut, wie es jetzt ein Hadid nicht mehr gegeben hat. Ich habe mir gedacht, jetzt kannst du nichts mehr bauen. Naja, ich habe ihn nicht mehr. Ich weiß, das sagt man nicht. Nein, nein, ich glaube, da können wir das gerade... Es ist dieser ganze Zirkus mit dem, was du meinst, mit den Zeichensätzen. Mein Gott, was haben wir denn schon im Vergleich zu den großen Architekturen der Geschichte? Was haben wir denn da wirklich? Naja, Zeichen hast du ja auch gesetzt. Du hast ja auch Ikonen letztendlich geschaffen. Na gut, das ist ja auch alles kritisiert worden. Das ist doch alles nicht vergleichbar. Ich meine, was ein Palladio oder die gotischen Baumeister und alles, da sind wir doch Würsteln dagegen, das muss man doch einmal sagen. Das ist... Ja, da geben wir jetzt kurz einmal im Recht. Gehen wir mal kurz im Recht? Ja. Nein, worauf ich Sie ansprechen wollte, es sind ja etliche Rappauten. Das erinnert mich an das Landhaus in Bregenz zum Beispiel. Das ist ja auch durch die Boulevardzeitungen zumindest als Palazzo Prozzo gegangen. und Sie waren damals eigentlich auch genötigt, das zu verteidigen und haben damals auch gesagt, die Gesellschaft oder auch die Gemeinschaft braucht Zeichen oder auch großzügige Räume, wenn man es jetzt... Wie sehen Sie das heute? Darf ich das zurechtrücken? Ja, bitte. Ich habe das in... Die ganzen Fassaden dort sind Bronze. Ja. Und Bronze ist am Anfang golden. Und das muss verwittern. Und da ist dieser goldene Palast da gestanden. Da haben sie gesagt, Palazzo Prozzi. In zwei Jahren war es braun. Also, ich weiß nicht, da war ich relativ unberührt darüber, weil ich gewusst habe, dass das ein momentaner Zustand ist. Ich glaube nicht, dass ohne diesen Goldcharakter der Fassaden gesagt hätte, Palazzo Prozzi. Aber das ist logisch. Gold ist Proz. Und ich weiß nicht, ob es ist... Gut, wurde auch relativ bald kamen ja dann auch die besseren Kritiken. Ja, natürlich. Weil dann ist es halt wirklich Bronze geworden. Die Palazzo Prozzi ist einer der besten Bausten, der dann im Jahrhundert in Österreich war in dem Genre. Ja, da wollte ich gerade drauf hinkommen. Ja, ja. Ja, aber... Ich habe mich auch sehr gefreut, Herr Karpfinger, wie Sie mir das einmal in einem Brief gesagt haben. Ja, aber auf das wollte ich ja drauf hinaus. Der Wilhelm sagt einerseits, ich finde, das ist ja letztendlich auch eine Ikone. Wie man Ikonen... Na, für mich schon. Nein, das ist nicht so. Weil er keine Ikone machen wollte. Naja. Der hat eine Aufgabe, der hat einen Foto und auf dem scharf der Raum. Und die Polen jetzt nicht, das ist kein Ikone. Nein. Das ist auch heute... Hätte er auch nie so gesehen, ja. Das ist immer die Sache, wie man das sieht. Für mich ist eine Ikone auch etwas, was er eine Zeigenhaftigkeit letztendlich hat. Und das hat dort in seiner... Naja, er hat ja mit dem Kontext gearbeitet, keine Frage. Es ist alles räumliche Qualität. Ich will ja gar nicht... Ich will ja schon auf das drauf hinaus. Nur, für mich ist es ja auch sowas, das ist ein Bau, der steht dort, der ist selbstverständlich, aber es hat trotzdem ein Zeichen, ist ein Zeichen für mich. Aber Elke, entschuldige, dass ich dich da runterbringe. Es ist schon ein Zeichen. Warum ist ein Zeichen schlecht? Warum ist das schlecht? Ich kann mir das nicht vorstellen, dass irgendjemand anfängt. Ich kann mir das vorstellen, dass es solche Leute gibt, aber die sind meines Erachtens Idioten, die sagen, ich will jetzt eine Ikone bauen. Nein, das geht ja nicht. Ich glaube, wenn du eine Ikone bauen willst, dann wirst du sie eh nie bauen. Für mich ist das Ganze ein toll gelungene, kontextualer Bau, der letztendlich ein Zeichen setzt. So kann man es ja stehen lassen. Und das ist vielleicht in der Terminologie Ikone, nicht Ikone, aber ich habe das nicht gemeint, dass du von vornherein gesagt hast, ich will jetzt dort die Ikone hinsetzen oder den Palazzo Brotz oder wie du das nennen willst. Und du meinst, dass es auch die Jahrzehnte dauert hat? Und dass es Bestand hat. Und dass man solche Räume braucht, auf das wollte ich drauf hinaus, weil wahrscheinlich habe ich mich falsch ausgedrückt. Das tut mir sehr leid. Und um das geht es nämlich auch. Und das war meine Frage, ob das nicht der Städteber heutzutage auch braucht. Eben. Darf ich eine versteckte Ikone, der Anstieg der U-Bahn? Ja. Die U-Bahn ist ja immer besser geworden. Ja, eben. Und es gibt in der U-Bahn zwei Wäume, die das in der zweiten Prophäre nie bekannt sind. Also jetzt in der alten Landkunft, in der alten Prophäre, in der ersten Prophäre, in der ersten Prophäre, in der ersten Prophäre Station. Ja. Genau. Und das ist eine Kathedrale des Verkehrs. Genau. Überflüssig, oder? Ja. Oder dass man eine Ikone drauf machen will. Ich bin nicht vorhin wie ein Etikett, sondern man hat aus einer schwierigen Situation, der den 8. Dr. B. Wundern hat ihn nicht gleich zurück. Und das ist die Lunge, aus einem technischen Bauwerk, einen Raum zu schaffen, der einem eigentlichen Aufblick auf die Märchen geben will. Aber da könnte man viel drin machen, oder? Ja, das ist natürlich eine geologische, oder wie ich das nennen soll, Notwendigkeit gewesen, weil dort ist der tiefste Punkt der U-Bahn überhaupt. Und da bist du gezwungen, so etwas zu machen. Und das hat man bei den normalen, Tiefen hat man auch die Möglichkeit nicht. Also da kommt einem, sagen wir mal, die äußeren Umstände kommen einem entgegen, um etwas zu machen, was man sonst gar nicht verwirklichen könnte. Also das ist schon ideal, wenn so etwas eintritt. Und in dem Fall war es halt so. Aber das zeichnet ja dein Werk schon aus, dass du sehr mit dem Raum umgegangen hast, dass du sehr viel mit so Raumskulturen fast gemacht hast, mit den Räumen, die ineinander greifen. War ja die Universität in Salzburg letztendlich auch mit diesem ganzen Erschließungssystem hinten, mit diesem sehr, sehr hohen Luftraum, ist ja letztendlich auch, hat ja eine riesen Raumqualität, mit dem Innen-Außenbezug, mit der Verklausung, man muss ja denken, es ist ja sehr, sehr viele Jahre schon her, dass das realisiert worden ist. 86 ist die fertig geworden. Und auf das wollte ich auch hinaus, fälschlicherweise der Ikonenbegriff, der noch ein bisschen länger diskutiert werden müsste. Ich sehe ihn ein bisschen anders als ihr, aber gut. Ich meine eben, dass das ja eine Qualität und einen Bestand auch hat. Und dass wir das mehr denn je brauchen in der Architektur. Der Berge ist eigentlich das Ikonenhafte. Mehr da. Wenn ihr ans Bursche-Museum denkt zum Beispiel. Das sind Aufgaben, die sich auch mehr zur Ikone neigen. Das ist auch zum Beispiel bei dem Gegenspiel des Mercedes-Museums von den Holländern. Wie heißt der? Wend van Berge. Ja, eben. Das ist auch eine Ikone in dem Sinn. Das hängt aber auch mit dem, schon den Ikonenhaften des Produktes zusammen. Du meinst des Inhaltes, was das dann ist, bei Porsche oder Mercedes? Mercedes. Sprint ist es eigentlich. Aber letztendlich war das... Da waren die Ikonen bestellt. Ja, aber letztendlich war das... Und da hat sie ja gut reagiert. Ja, aber das macht man ja. Ja, das ist... Ja, ich weiß, ich weiß. Aber ich glaube, das ist ein Thema. Ich glaube, die Lehrtätigkeit auf der Angewandten, dazu kann ich nicht viel sagen. Da bin ich nicht im Bilde und nicht involviert. Ich kann nur dazu sagen, es geht natürlich um den Städtebau, es geht um das Soziale im Städtebau, aber es geht aber sehr wohl auch um Räume, die man schafft. Und da geht es jetzt nicht um Räume nur plakativ oder nicht. Einfach Räume, die ein Wilhelm Holzbauer geschaffen hat. Wenn der Otto Kapfinger jetzt sagt, die U-Bahn-Station, und ich gebe dir recht, das ist einfach ein Raumerlebnis. Das ist auch in... Wer hat das jetzt gemacht? Ich glaube, Ben van Berkel hat einen neuen Verkehrsknotenpunkt in Holland gemacht. Mir fällt jetzt die Stadt nicht ein, du warst da sicher. In Arnheim, ja. Und das ist ja ein ähnlicher, ich will das jetzt nicht mit dem Ben van Berkel mit dem Wilhelm vergleichen, aber es ist auch ein anderes Erscheinungsbild, aber der hat auch versucht, zu einem Verkehrsknotenpunkt die verschiedenen Mobilitäten in Räume umzusetzen. Und das ist schon etwas, was faszinierend ist. Und das sucht über jeder. Ja, aber das hast du... Nee, aber es gelingt nicht jedem auf die Art und Weise. Und das ist natürlich schon eine Geschichte gewesen wieder, die du sehr gut im Griff gehabt hast, auch maßstäblich, den großen Maßstab, die Räume, die Verbindung der Räume und dann letztendlich auch die Qualität. Aber das sind lauter Dinge, die du, wenn du beginnst zu entwerfen, an einem Projekt, an das denkst du nicht. An diese Konsequenzen denkst du nicht. Du willst ein schönes Projekt machen. Und was dann daraus wird, das... Ja, darum habe ich dich einmal am Anfang gefragt, ob dein Gespür, ob du dich auf den Gespür verlassen hast können. Das war ja nicht unberechtigt. Oder nicht unbewusst, dass ich dich gefragt habe, genau nach diesem... Hat dich das... Und du bestätigst mir das ja jetzt, eine halbe Stunde später. Dein Gespür hat dich nicht verlassen, sozusagen. Ja, ja. Ohne Gespür geht es nicht. Genau, so ist es. Hätten Sie eigentlich gern mehr Geschosswohnungsbau gemacht? Also ich denke, es ist jetzt das Wohnenmorgen im 15. Bezirk. Ist ja schon einer der sehr wichtigen Wohnbauten in dieser Stadt. Und wenn ich dann so Ihr Werk auch so der jüngeren Vergangenheit oder auch des Büros oder Ihrer Nachfolger im Büro durchgehe, sind interessanterweise nach wie vor Einfamilienhäuser oder Villen dabei, aber kaum oder gar keinen Geschosswohnungsbau. Wie kam das? Weil ich nie einen Auftrag gekriegt habe. Ich habe einen Auftrag gehabt von der Gewista damals, in Prater. Da habe ich mein altes Thema von drei gleichen Bauten hintereinander. Und dann haben sie gesagt, sie bauen es nicht, weil sie bauen dort irgendwas anderes. Ich finde ja überhaupt, meine besten Projekte sind nicht gebaut. Was ist das? Barcelona. Barcelona. Ja, genau, das wollte ich dir helfen. Hamburg. Der Kerr Wiederspitz. Und ja, auch, das ist eh nie gebaut worden, habe ich den vierten Preis gehabt für die Pachl-Abi-Library in Teheran. Das war ein schönes Projekt, finde ich, und andere auch, aber Masse um Barcelona, das wäre richtig gleich. Das waren drei Gebäude, glaube ich, an dieser großen Avenida, oder? Das waren an der Avenida Diagonal waren die drei markante Gebäude und dahinter war ein ein Blasermachor eigentlich, also so ein Ding ist und mit dem, ja, so halt so ein Haus für sich gebaut. Mein Gott, mit den verlorenen Wettbewerben muss man auch nehmen, natürlich. Gut, das ist auch ein Thema, das sich beschäftigt. Da hat es ja die Ausstellung im Wien-Museum oder damals noch Pistorisches Museum, ungebautes Wien gegeben und verstehe ich Sie, oder erinnere ich mich richtig, also Sie sind ja da, oder waren der Meinung, dass das ungebaute Wien oder sozusagen das Bessere wäre, überspitzt ausgedrückt. Oder dass Wien ärmer ist um all die vielen ungebauten Wiener. Nein, Moment. Das ungebaute Wien, das habe ich ja mit der Meisterklasse gemacht. Ja. Das hat mit mir an sich überhaupt nichts zu tun gehabt. Ja. Ich wollte nur, und wir haben die ganze Klasse eigentlich mit einbezogen, wir haben Modelle gebaut von Projekten, die teilweise ja grotesk waren, auch zum Beispiel der Losentwurf für Wien oder so, war ja eigentlich unglaublich. Oder auch dieses NS-Konzept von Wien oder so, das haben wir halt alles einmal dargestellt. Und ja, das war, glaube ich, eine interessante Ausstellung. Wokum ist es Ihnen am meisten leid, dass es nicht gebaut wurde in Wien, also nicht bei den Ereignissen? Eigentlich nur aufzuzeigen, welches Potenzial Wien gehabt hat. Und eigentlich kommentarlos fast. Das war eigentlich eine Darlegung, was alles in Wien entstehen hätte können. Und es ist ja interessant zum Beispiel, wenn man nur vergleicht den Wettbewerb für die Rindstraße, der letztlich dann eigentlich ganz was anders geworden ist, als überhaupt in irgendeinem Entwurf so war. Auch der Försterentwurf ist ja nicht so gebaut worden, wie er das vorbeiratet hat. Die Möglichkeiten, die waren einfach für mich sehr interessant. Und da war natürlich die Klasse als Kraft, die halt dann wirklich, das war ja interessant, wie sie die Modelle alle gebaut haben. Und die sind ja selber, die Studenten sind ja selber drauf gekommen, was für Geschichte Wien auf der einen Seite gehabt hat oder hätte haben können. Also ich habe eine Frage noch, du warst dir immer an neuen Aufgabenstellungen interessiert, hast du aber einmal geäußert, du würdest doch ganz gern noch einmal die gleichen machen oder wiederholen. Hast du einmal in einem Interview gesagt oder habe ich das jetzt falsch interpretiert? Und was wäre das zum Beispiel gewesen? Du hast irgendwann einmal gesagt, ich würde das schon gerne noch einmal machen. Naja, ich glaube, ich habe schon ein Glück gehabt, dass ich so eine verschiedenartige Aufgaben, so verschiedenartige Aufgaben von der U-Bahn-Station bis zur Oper und ein kleines Hochhaus und dass ich so verschiedenartige Aufgaben getriegt habe und nicht nur was ich. Ich stelle mir es furchtbar vor, ein Dasein als Architekt, der nur Wohnhäuser baut oder was nicht was. Also vom Einfamilienhaus über die U-Bahn bis zur Oper und bis Prägenz und so. Also das war für mich schon das Gefühl, dass das ein Glück war. Also ein total breites Spektrum abgedeckt, das hast du aber glaube ich deinen Schülern auch ein bisschen mitgegeben. Ja, wir haben auch immer, wir haben ja ich glaube ganz interessante Aufgabenstellungen immer gehabt und Häusern für Peripatetiker und Häusern für den Schinkel und weiß ich. Ich habe nämlich damals geglaubt für die Studenten, die kommen. Die sind ja teilweise von Gymnasien gekommen und teilweise von Werbeschulen und da habe ich mir gedacht, ich muss Aufgaben für die ersten stellen, wo es keinen Vorteil gibt, wo es eigentlich nur auf die Fantasie ankommt und auf die Schöpfungsmöglichkeiten und darum waren diese komischen Häuser, die wir immer gehabt haben am Anfang und ich glaube das war ganz gut. Bist du noch ein bisschen involviert, du sagst, du bist ja mit Architektur nicht mehr so auf du und du, aber hast du in der Lehre oder auf den Hochschulen weißt du da noch ein bisschen was, was so vor sich geht und was denkst du darüber, gar nichts mehr? Also die Frage braucht man da gar nicht stellen. Gerade was die Angewandte betrifft, ist sie mir so entfernt, dass ich eigentlich nichts mehr zu tun habe. Gibt es in deinem ganzen Werk so ein bestimmtes Schlüsselprojekt, wo du gesagt hast, das ist das Projekt, das hat mich irgendwie weitergebracht oder da hat sich mein Weg dann in eine andere Richtung bewegt oder gibt es da was oder ist das immer so sehr kontinuierlich gegangen? Also das breite Spektrum haben wir jetzt für Ich glaube, das kann man selber schwer beurteilen. Gibt es nicht irgendwo was, wo du sagst, da gibt es nicht? Nein. Ich zum Beispiel kann bei uns schon sagen, da gibt es schon so einige. Es ist, wenn man voll im Beruf ist und wenn man den Beruf gern hat dann ist das so im Fluss dass man gar nicht denkt dann das ist mein Lieblingsprojekt oder so Das ist schwierig Nein, so ein Schlüsselprojekt war das Wir-Gil zu beurteilen Nein, das ist schon klar Das ist schon klar Aber es gibt so Projekte oder zumindest ich habe das so empfunden wo man so sagt da hat sich wieder was aufgetan Erstens bei einem selbst aber auch in dem ganzen Prozess des Weiterkommens oder das hast du nicht so empfunden Was war bei dir sowas? Naja, bei uns war schon der Dachaufbau eigentlich so ein Schlüsselprojekt und ich habe ja gestern bei dem Geburtstag und das war auch erlebt bei einem Vortrag wieder von Wolf Brixx der ist auch für ihn ist dieser Dachaufbau auch so ein Schlüsselprojekt und wollte ich dir mal fragen weil für mich ist das irgendwie sehr interessant wie man das so sieht so retrospektiv in seinem Werk aber wenn das nicht ist man kann das auch so stehen lassen und mich hätte es noch interessiert Das war sang für Ergill Eben, das wollte ich ja sagen wie Ergill ich habe das zuerst das wollte ich nicht in den Mund legen aber ich habe schon vielleicht fällt es dir mit 87 dann auch nicht gleich ein vielleicht siehst du es mit 87 dann auch anders ja sicherlich jeder natürlich ich nehme an ich sehe es anders dann hoffentlich aber gibt es irgendeine Bauaufgabe wo Sie jetzt im Nachhinein sentimental sind und sagen mein Gott das hätte ich auch noch gern gebaut ich wüsste jetzt nicht was es sein könnte ich habe ja also schon die aber jetzt eine Bauaufgabe zu der Sie nie überhaupt ins Planen gekommen sind gibt es nicht ich bin auch zu weit weg davon indem ich mich nämlich wirklich seit ein, zwei Jahren praktisch von der Architektur Entwicklung fernhalte Selbstschutz oder weil Sie es nicht mehr interessieren Nein weil es mich nicht mehr interessiert weil ich schaue ich studiere nach ich studiere sehr viel weil ich auch so viele Bücher darüber habe gerade Renaissance Architektur oder so oder ja wo sie zu Hause haben wo man in die Hände folgt und so und da fühle ich mich heute wie ich eh schon gesagt habe dass wir eigentlich unsere ganze Generation unser Weltbild heute ist nicht dominiert von Architektur das war das war aber in gewissen Zeiten immer dominiert von der Architektur und es ist nicht mehr dominiert es spielt nicht einmal eine große Rolle ja woran liegt das liegt das liegt das an den Architekten selbst das liegt an die gesellschaftliche Struktur und es ist halt ein Unterschied ob ein Herrscher ein Schloss bauen will oder ein Pompidou ein Museum ok er hat seinen Willen auch durchgesetzt aber es hat doch nie diese gesellschaftlich relevante Bedeutung wie die früher gehabt haben mit ihrer Architektur die Architektur war alles das war die Umwelt natürlich dass es nur einen relativ kleinen Bevölkerungskreis betroffen hat das ist klar weil die armen Leute haben das Schloss gesehen und war ok hat er wieder ein Schloss gebaut aber die Architektur war substanziell an der Spitze heute ist die Astronauten oder der Mondflug oder die jetzt die Google und das Zeug alles das sind ja lauter Sachen die nichts wirklich Produktives schaffen was ist der Twitter oder die Google oder so was schafft das null aber woran liegt es das in so einer Gesellschaft wie der heutigen weil die Leute so dumm sind ja da müssen wir sich klüger machen oder ja ja wir haben ja trotzdem wir leben ja trotzdem in gewissen Strukturen und so das ist ja damals wie heute das Erscheinungsbild hat sich geändert aber warum die Frage ist ich weiß nicht hört man nicht doch rede ich nicht eh laut genug mir kommt es vor aber bitte Das ist glaube ich, was ich gemeint habe, ist, dass unsere Zeit andere Werte hat als in der Vergangenheit. Weil eigentlich war die Architektur oder das Bauen immer an erster Stelle. Ob das jetzt in Athen des Pericles war oder ob das in Persien war, alles, es war alles Architektur. Warum wir jetzt über, jetzt denken die Juden nach, einen neuen Tempel zu bauen, was der Tempel für Bedeutung gehabt hat damals. Dass er nicht mehr da ist oder genau dieselbe hohe Bedeutung. Und das war alles mit dem Begriff der Architektur im weitesten Sinn und der ist uns völlig abhanden gekommen. Die Architektur ist immer so wichtig, die ist für die Investoren wichtig, für die Politiker ab und zu. So wie der Ceausescu sein scheißliches Gebäude da gebaut hat. Aber es ist kein allgemeines Bedeutnis mehr, finde ich. Und darum interessiert es mich nicht mehr so. Naja, aber wann hat dieser Wandel stattgefunden? Weil einerseits hast du einmal gesagt zu mir, das ist schon ab 1920 oder 1930 oder irgendwie gibt es keine Architektur mehr. Aber du hast ja doch eine sehr vitale Phase deines Schaffens miterlebt und auch geprägt. Und ich meine, wann hat es jetzt so total aufgehört? Weil ich meine, dann wäre ja deine ganze Sache... So sehe ich es ja gar nicht, dass ich irgendwas geprägt habe. Doch, ich finde schon. Also ich finde nicht nur ich, es finden auch... Ich bin nicht zu bescheiden. Naja gut, du sagst ja selber, kann man sich schwer beurteilen, aber andere haben das schon beurteilt. Und es sind einfach schon auch sehr nachhaltige Dinge entstanden, die du gemacht hast. Wir haben es zuerst gerade thematisiert ganz kurz, Otto Karpfinger hat es auch angesprochen. Aber wo war dann dieser Turn plötzlich? Weil du hast ja auch in einer Zeit gewirkt oder dein Atelier gehabt, wo du auch sehr mit einer Passion an die Architektur rangegangen bist. Das kannst du jetzt nicht verleugnen. Nein, schau, jede Zeit hat ihren Schwerpunkt. Zum Beispiel die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, was da alles entstanden ist. Da ist das Auto entstanden, da ist das Dampfmaschine entstanden, da ist letztlich das Flugzeug entstanden. Was ist jetzt entstanden? Ich sage nicht, dass wir schlechter sind, sondern dass der Schwerpunkt woanders liegt. Der Schwerpunkt ist jetzt im Konsum, weil letztlich sind diese ganzen Twitter, Google und so weiter, das ist alles Konsumware. Und die Kinder, die wachsen halt auch in dem. Ja gut, das sind schlussendlich auch Veränderungen, die die Welt verändern und prägen, ähnlich wie die Dampfmaschinen. Vielleicht erkennen wir es noch nicht, wie wir es richtig ansetzen. Die Architektur ist auch nicht mehr, glaube ich. Darum lese ich so viel. Ist ja auch gut so. Sie haben zum 80. Geburtstag im Kurier gesagt, auf die Frage, denken Sie manchmal ans Aufhören? Und damals haben Sie gesagt, nein, ich wüsste nicht, was Sie dann täten. Also anscheinend wissen Sie es jetzt doch ganz gut, jetzt lesen Sie. Ab ungefähr meinem 83. Lebensjahr weiß ich es. 83 oder 84. Ich weiß nicht mehr, warum das so war, aber plötzlich habe ich gesehen, da ist nichts mehr drinnen in der Architektur. Jeder wird den anderen übertrumpfen mit noch mehr Originalität und noch mehr Dings und was ich. Aber wo führt das hin? Fällt es vielleicht auch leichter aufzuhören, wenn man sagt, man blickt jetzt doch auf ein erfülltes Architektenleben und auf ein reiches Werk zurück? Und wäre es vielleicht was anderes, wenn Sie nicht halb so viel gebaut hätten und sagen, mein Gott, das muss ich noch und das muss ich noch? Nein. Herr Kurrent, hat das damit zu tun, wenn man mehr gebaut hat, hört man leichter auf, als wenn man weniger gebaut hat? Das weiß ich nicht, weil wir haben nicht weniger gebaut. Das ist aber sehr schade, Herr Kurrent. Wir würden uns freuen über eine Wortspende. Ja, zum Schluss. Okay. Ja, gut. Er will ja nicht über sein Werk reden, das ist eh sehr schwierig. Wir nähern uns eh dem Ende, wo dann der Kurrent mich fragt. Nähern wir uns schon dem Ende? Weiß es denn. Wenn der Kurrent mich fragt, ist das Ende nahe. Nein. 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 Ja, nein, aber ich denke, also das wollte ich schon anbringen, dass Sie auch meinen, dass die Bauhernerpanden gekommen sind, mit denen Sie auf Augenhöhe etwas entwickeln können. Ja, also mit Bauherren, das ist schon sehr. Zum Beispiel mein liebster Bauherr war der Landesstadthalter Mandl in Vorarlberg. Den wäre das nie entstanden. Der war Zweiter in der Landesregierung, hat aber die Bauagenten gehabt und mit denen bin ich richtig befreundet worden. Und wir sind dann immer noch Baduz gefahren zum, wir hatten ja das Restaurant. Wir waren beide große Trinker. Also, ja, das war wirklich schön. Also was dich ja sehr auszeichnet, was ich ja auch selber miterleben durfte, du hast immer das Leben sehr genossen und genießt das jetzt auch immer. Ja. Und insofern war es ja auch ein bisschen großzügig in der Architektur, da war es nie so verbissen. Ja. Du hast da gewusst zu leben, oder? Ja. Ich bin auch jetzt noch ein großer Trinker. Ich trinke weniger Wein. Ich trinke jetzt so ab vier, fünf Uhr Nachmittag meinen Freund Jack. Jack Daniels. Und Wein trinke ich eher noch mittags und zu. Im Sommer trinke ich ein Glas Champagner in der Früh. Das muss ich ehrlich zugeben. Und so lange man es leisten kann. So eine Flasche dauert allerdings drei oder vier Tage, muss ich schon sagen. Weil ich nur in der Früh trinke. Champagner meine ich. Champagner. Also das kam aber dann im höheren Alter mit dem Champagner. Weil dann würde ich sagen, dann nehmen wir uns das mit auf den Weg. Ja, das ist gut. Dass sich auch das Trinkverhalten dem Lebensalter anpassen muss. Ja. Genau. Das nehmen wir heute mit, oder? Wie? Das nehmen wir heute mit. Ja. Kann ich bestens empfehlen. Ist auch nicht mehr so teuer, der Champagner. Im Vergleich zu einem teuren Rotwein. Ist er. Ja, der teure Rotwein. Ja. Ja. So. Dann sage ich schön, dass Sie da waren, dass Sie immer noch da sind. Ja, ja, ja. Es kommt schon. Es kommt alles. Jetzt kommt der Kurherz. Es kommen noch mehrere hoffentlich aus dem Publikum. Wollen Sie in keinem Publikum fragen oder heimlich? Nein. Ich gebe Ihnen das Mikro. Man hört Sie nicht. Ich höre Sie da vorne schon nicht. Nein. Ich wollte nur sagen, bei den Bauherren, bei den Guten, wo du den einen da in Vorarlberg genannt hast, wollte ich gern hinzufügen, dass der Pfarrer Eisenbad, unser erster Bauherr der Kirche Barsch war. Ja. Nicht zu vergessen. Ja. Richtig. Der war wirklich toll. Ja. 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 Ich habe über meine Sachen und Barsch war eine Zusammenarbeit. Ja. Habe ich nicht erwähnt, aber er ist natürlich ein fantastischer Mann gewesen, der uns wirklich unglaublich geholfen hat und unterstützt hat. das war wirklich toll. Ja. Ja. Nein, weil ich, das hat jetzt, nur weil du da gerade sitzt, frage ich dich, das hat aber nichts mit deinem Werkbericht zu tun. Ich frage nur, wieso warst du denn vorgestern nicht bei meiner Ehrung? Da hast du recht. Da hast du recht. Ich gehe nicht mehr zu solchen Veranstaltungen. Nein. Und warum hast du dich nicht entschuldigt? Weil ich mir dachte, du betrifft dich eh. Ihr? Ja. Ja. Aber Sie sind immer noch Freunde, oder? Von mir aus schon. Die Kurrent sagt auch ja. Die Ansichten, die so heißen, die äußert waren, da kann ich, will ich gar nichts dagegen sagen. Die Ansichten. Ja. Und die Frau Meißl muss die ZV mal extra einladen zu ihrem eigenen Vortrag. Habe ich schon gemacht. Sie waren nicht da, Herr Kurrent. Voriges Jahr, oder? Haben Sie versäumt? Haben Sie sich entschuldigt? Genau. Nein. Nein. Okay, die Elke kommt wahrscheinlich noch mehrmals zur ZV zu einem Vortrag. Ja, ich sage danke dir, Elke, und ganz besonders. Ich danke auch. Ihnen, Sie bleiben noch länger da, ob es Whisky gibt, weiß ich nicht, aber ist der Markus Eibelmeier schon organisieren gegangen? Sicher. Es gibt was zum Trinken, ich weiß nicht, ob das Richtige. Ja, ja. Ich sage Ihnen herzlichen Dank, es geht dann nach den Weihnachtsferien weiter, am 11. Jänner, wenn ich das auswendig weiß, sozusagen Kontrastprogramm, aber die Vortragende dann vom 11. Jänner hat eins mit Ihnen gemeinsam, dass sie auch eine Vergangenheit oder Lehr- und Studienvergangenheit in Amerika hat. Das ist die Judith Eibelbeier, die nicht so viel baut, aber dafür umso mehr forscht. Und ich würde mich freuen, wenn Sie dann im Jänner wiederkommen. Gleiche Zeit, gleicher Ort. Danke. Applaus Danke. 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 Danke.